Man mag sie nun leiden oder nicht, und dabei rede ich diesmal nicht von den Journalisten, sondern von den Rechtsanwälten. Der Deutsche Anwaltsverlag hat im Jahre 2006 mit dem Verein Moderne Anwaltsgeschichte ein eigenes Forschungsprojekt ins Leben gerufen und gefördert, mit dem Ziel, die heutige Anwaltschaft aus ihren Wurzeln heraus zu erklären. Durch eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren ist ein völlig neuer Forschungsansatz gewählt worden. Daraus ist ein singuläres Werk entstanden. Erstmals ermöglicht dieser epochen- und themenübergreifende Querschnitt ein großformatiges Bild der Deutschen Anwaltschaft, die sich 1871 mit der Freiheit der Advokatur als Programm zu einem freien Verein, dem Deutschen Anwaltsverein, zusammengeschlossen hat. Insgesamt 52 Autoren ersten Ranges haben zu 140 Jahren Deutscher Anwaltverein die mit diesem eng verbundenen Geschichte der Deutschen Anwaltschaft nachgezeichnet. Daraus ist kein Lexikon, wohl aber ein Leserbuch entstanden, das Einheit und Vielfalt dieses ungewöhnlichen Berufs lebendig wiedergibt. Wer also mehr über die Geschichte der Frauen und Männer in der Schwarzen Robe wissen möchte, dem können wir das Buch »Anwälte und ihre Geschichte« aus dem Mauer Verlag gut empfehlen. Allerdings ist das Buch aufgrund seiner Größe nicht gerade als Lektüre für die Hosentasche gedacht. Auch der Preis von 144 Euro dürfte wohl eher dafür sorgen, dass das Buch von Anwälten allein gelesen wird.